Was sagst du wann, du verliest die scheiß Radenschraube ja nicht in der Werkstatt, sondern in der scheiß BitBoyer. Da hin, wo ist das kreilige Ding hier dann? Wo ist die scheiß Schraube hin? Du fehlst doch noch an! Ich such den echt, Alter, wo ist die da jetzt? Ey, ohne Witz, wie ist die irgendwo?